Mein Name ist Sascha Rabe und heute spreche ich mit dir über das Thema Zielvorgaben oder Zielvereinbarung des Anfang des Jahres. Und du hast wahrscheinlich mit deinem Chef, mit deiner Chefin gesprochen über Jahres, Monats, Wochen, vielleicht sogar über Tagesziele. Und dann ist da sicher auch gemeint worden, es ist eine Zielvereinbarung. Meine Erfahrung ist eine Zielvorgabe. Also du gehst mit deiner Meinung in so ein Gespräch raus und kommst mit der Meinung deines Chefs dann wieder zurück. Das nennt man den Meinungsaustausch an der Stelle, wenn du arbeiten möchtest ohne Zielvorgaben, ohne Druck am Ende der Woche zeigen zu müssen, dass du von einem Produkt A eine bestimmte Anzahl verkauft hast, dann schreib mich an, dann sprich mich an, dann zeige ich dir, wie das geht.